Und, wo sind sie? Die hatten keinen Bock mehr zu weiten. Verdammt. Ja, wieso hast du sie denn nicht aufgehalten? Ja, wie denn? Keine Ahnung, sonst fällt dir doch auch immer irgendwas ein. Also, wenn du willst, besorge ich dir eine andere Band. Ich will aber keine andere Band. Ich will genau die. Wieso hast du mir denn nicht Bescheid gesagt, dass sie den Termin vorverlegt haben? Ja, hab ich doch. Sofort nachdem die angerufen haben, hab ich dir einen Zettel an die Zimmertür geklebt. Ja, schade nur, dass ich hier nicht mehr brille. Jetzt sag bloß, das weißt du nicht. Ja, woher denn? Hey, Gegenfrage. Woher wusste Carolin, dass ich bei Jule wohne? Das hab ich ihr gesagt. War das falsch? Ja, und wieso hast du es, Christian? Ich... Moment mal. Wieso hast du mich angerufen, wenn du angeblich nicht wusstest, dass ich dort wohne? Oh, weil Jule dort wohnt. Und ich dachte, du bist vielleicht bei ihr. Darauf hättest du doch wohl auch eher kommen können, hm? Ja. Ja.